Bala, soll ich jetzt das nächste rauskommen? Können Sie sie? Ja! Hier ist es noch mal wie ein Zügel. Er freut sich so aufs Essen. Er braucht sich auch eine Masse. Er ist alleine und ist alleine. Ist das jetzt schon alleine? Tau du. Mama! So was esse ich? Mit Zucker drauf. Das ist so schön. So, das ist schon wieder neu im Machen. Mein Tag ist noch waschbohlen und dann gehen wir rein. So viele am Essen, siehst du? Da ist wieder eins. Mein Bruder isst zu viel. Ich bin einfach hungrig. Elia, das Essen ist kein mehr. Erst wenn sie fertig sind. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Nein. Wenn wir alle gemacht haben, dann ist sie wieder. Tschüss. Sie sind bereit, Elia? Dann habe ich noch einen Dorn. Und dann gibt es noch eine Kasse. Tschüss, Menschheit.